Hallo, wir heißen Adam und Max, wir besuchen Klasse 1E und heute erzählen wir Ihnen etwas über unsere Schule. Das ist das Schulgebäude. Das ist das Schulgebäude. Das ist das Schulgebäude. Hier können wir essen. Hier essen wir zum Teck. Das sind Schulautomaten. Hier kaufen wir snacks. Das ist die Schulbibliothek. Hier verbringen wir unsere Freizeit und können lernen. Das ist das Lehrerzimmer. Hier verbringen die Lehrer ihre Pausen. Das ist eine Sprache. Hier lernen wir Sprache. Und das ist das Klassenzimmer. Das ist der Schulabzug. Hier kann man Verletzungen benutzen. Das ist die Toilette. Mein Lieblingsplatz. Vielen Dank für's Zuschauen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.